Das ist vielleicht mal Mitte des Jahres, ich weiß nicht was ich noch hätte. Da laute ich immer einmal im Jahr hoch, das ist mein Meisterturm-Projekt. Das wird schon wieder gerade filmen, wird schon ein kleines Videobeschreibung bleiben. Und danach geht's los. Und dann gibt's dazu auch noch Übungen. Das sind drei Menschen, die die culminationen des Lebens. Das ist der Beginn der neuen Konzept der Realität. So, dann möchte ich noch mal noch verbinden und die letzten Rücken richtig stark anrufen. So Leute, hier ist auch mal die Spots. Zurück vom Urlaub aus Valencia.